Hallo und herzlich willkommen bei Nextmove. Mein Name ist Thomas Geiger und ich bin in Peking auf der Autoshow und hier bei Smart, bei einer Vorproduktion. Deshalb auch noch mein schmuckes Schuhwerk. Alles streng geheim, alles noch pieksauber und die Farbe fast trocken von einem Concept-Auto, das man bei Smart ganz sicher nicht erwartet hätte. Concept Hashtag 5 heißt das Modell und damit wächst Smart zu neuen Ufern. Während Sie in Hambach gerade die Produktion des Fortu mit seinen knapp 2,70 Meter eingestellt haben, wachsen Sie hier zu neuer Größe heran. Fast 5 Meter, 4,75 Meter lang ist der bislang größte Smart aller Zeiten und während Smart bis dato vor allen Dingen für den Stadtverkehr oder allenfalls für den Stadtrand stand, geht es jetzt raus aufs Land und wer will sogar rein in die Pampa. Die Details gucken wir uns gleich an und dann sage ich euch auch, was ihr von diesem Auto zu erwarten habt. Bunt und vogelwild war Smart schon immer, aber bislang waren sie ausschließlich auf den Stadtverkehr, vielleicht noch auf die Vorstädte abonniert. Diesem Auto sieht man an, dass es weiter will und zwar bis in die Pampa. Als hätte da Jeep oder zumindest ein bisschen G-Klasse mitgespielt, trägt der echten Offroad-Look. Wir haben großen Unterfahrschutz, wir haben bullige Stoßfänger, wir haben markante Radläufe, sogar mit Details wie hier der Luftdruckanzeige. Also wirklich auf Offroad getrimmt. Wir haben relativ viel Bodenfreiheit und wir haben eine extrem boxige Form, wobei zumindest die ABCD-Säule nach wie vor so ein ganz klein bisschen sogar an den Ford II erinnert. Was vollkommen Neues für Smart ist das Format. 4,75 Meter ist das Auto lang, der Radstand ungefähr drei Meter. Das schafft Platz für eine Riesenbatterie und das schafft Platz für beim Showcar vier Insassen, beim Serienauto später mal fünf Insassen und einen Kofferraum, der allemal expeditions- oder zumindest urlaubstauglich ist. Was noch auffällt an dem Auto sind ganz viele Spielereien, wie man sie natürlich von Showcars kennt, insbesondere wenn es um die droben Reifen geht oder eben um die Beleuchtung hier nochmal mit dem Reifendruck. Man hat hier vorne ein Signal, dass die Türen geschlossen sind, die Astabweiser leuchten, hier oben Zusatzscheinwerfer, selbst der Dachgepäckträger ist beleuchtet. Das ist natürlich alles Show, aber man weiß von Smart, dass vieles, was an den Showcars dran war, in Serie geht und meist mehr als bei vermeintlich seriösen Herstellern. Also wir sind gespannt, was davon tatsächlich seinen Weg von der Messebühne auf die Straße findet. Wer vom Smart II in dieses Auto umsteigt, der fühlt sich so, als würde er von der Cessna in einen Jumbo-Jet umsteigen. Riesig viel Platz, mehr als je zuvor und deutlich mehr Luxus. Die Zeiten, in denen Smart aussahen, als wären sie aus dem Kaugummiautomaten, die sind lange vorbei. Es gibt Lack und Leder satt, selbst eine vernünftige Beinauflage vor den Sitzen. Und wie es sich gehört für ein Auto, das chinesische Wurzeln hat, unglaublich viel digitale Spielerei. Zwei große Displays vor dem Beifahrer und in der Mittelkonsole, beide mit OLED-Technologie und beide geladen mit geilen Grafiken und vor allen Dingen richtig viel Intelligenz. Hier ist jetzt eine künstliche Intelligenz am Werk, die die Sprachsteuerung regelt. Wir reden also nicht mehr so sehr über Siri oder Alexa, sondern eher über Chat-GPT und können mit Worten nahezu alle Fahrfunktionen und alle Funktionen des Fahrzeugs steuern. Also nicht nur Ziele eingeben und Musik auswählen, sondern sehr viel mehr. Entsprechend wenig Schalter gibt es noch im Auto, ein paar am Lenkrad, einen für die Sitze und für natürlich auch den Warnblinker. Das war's. Drei Worte zur Technik. Neue Skateboard-Architektur. 800 Volt Batteriespannung für extrem kurze Ladezeiten. Eine Batterie mit über 100 Kilowattstunden sollte für über 550 Kilometer Reichweite reichen. Sieht also schon, so weit ist man bislang noch nie in einem Smart gefahren. Jetzt kommt man einmal quer durch die Republik und muss nicht laden. Damit sehen nicht nur die anderen Smarts ziemlich klein aus, sondern insbesondere die Autos des Kooperationspartners bzw. Joint-Venture-Partners Mercedes sind ganz schön alt dagegen. Einen EQC oder den hier, ich wüsste, welchen ich nehmen müsste. Ja, das war ja auch schon der erste Rundgang um den Smart-Konzept Hashtag 5. Ein Auto, das die Marke deutlich erweitert und in ein vollkommen neues Konkurrenzumfeld führt. Das gilt natürlich auch für den Preis. Bislang ging es los mit dem Hashtag One für ein bisschen mehr als 30.000 Euro und der Top-Version etwas mehr als 40.000 Euro. Hier kann man gute 10.000 Euro draufschlagen und Smart ist zuversichtlich, den Wagen in der zweiten Hälfte der 40er an den Start zu bringen. Und das dauert gar nicht mehr so lange. Ende dieses Jahres soll er in China auf die Straße kommen, nächstes Jahr dann bei uns. Und spätestens dann muss sich Mercedes einmal mehr warm anziehen, weil die vermeintlich seriösen Autos mit Stern dann ziemlich outdated und altbacken aussehen.